Daniel Speck ist ein preisgekrönter Drehbuchautor, der mit Bella Germania 2016 seinen ersten Roman geschrieben hat. Das Buch wurde bereits erfolgreich verfilmt und auch sein zweiter Roman, Piccola Sicilia, war ein Bestseller. Nun ist die Fortsetzung erschienen. Jaffa Road heißt das Buch, das wir in der Titelstory des neuen Buchjournals vorstellen. Es geht um den Exildeutschen Moritz Reinke, der in seinem Haus in Palermo erschossen aufgefunden wird. Seine deutsche Enkelin Nina, die in Berlin lebt, und seine israelische Tochter Joelle reisen nach Italien und treffen zu ihrer Überraschung auf den Palästinenser Elias, der auch gekommen ist und behauptet, der Sohn von Moritz zu sein. Die drei beginnen das Leben des Verstorbenen und das Geheimnis ihrer Familiengeschichte zu ergründen. Moritz Leben ist wie ein Brennglas, in dem sich das Schicksal des Nahen Ostens spiegelt. Und seine Nachkommen müssen alte Feindschaften überwinden, um eine gemeinsame Zukunft zu finden. Jaffa Road ist ein Roman, der von Familie und Liebe erzählt, von Verlust und der Suche nach Heimat. Im aktuellen Heft gibt es ein Interview mit Daniel Speck. Er erzählt, warum sein Buch ausgerechnet in Palermo beginnt und wieso die Jaffa Road zwischen Haifa und der Hafenstadt Jaffa, einem Teil von Tel Aviv, für ihn eine Art Metapher ist. Speck verrät, was ihn an der Familiensage gereizt hat und was Heimat für die Protagonisten seines Romans, aber auch für ihn selbst bedeutet. Verlust und Verlust und Verlust. Verlust und Verlust und Verlust.